Ladies aufgepasst, gerade ganz frisch eingetroffen in unseren Shops ist der neue Lowa Einsatzstiefel R6 GTX. Dieser wird in Europa hergestellt, den schauen wir uns an. Dieser Schuh ist aus einem Glattledermaterial, hat eine Gore-Tex-Membran, das ist für Wasserdichtigkeit und Winddichtigkeit bei gleichzeitig optimierter Atmungsaktivität. Auf Widerstandsfähigkeit ist auch der Blattschnitt ausgelegt, der mit wenigen Nähten auskommt und seinen Teil zur schlichten Optik beiträgt. Wir haben hier eine Zwei-Zonen-Schnürung, die erlaubt eine optimale Anpassung an den Fuß für idealen Tragekomfort. Diese Schnürung ist aus geschlossenen Haken und aus offenen Haken. Die Laufsohle mit einsatzoptimierter Profilierung sorgt für gute Trittsicherheit in anspruchsvollem Gelände. Die Sohle ist wärme- und kälteisolierend, rutschhemmend und öl- und kraftstoffbeständig. Dieser Schuh ist bei uns erhältlich für 199,99 Euro in all unseren Stores oder unter www.cock-shop.de.